CSU-Fraktion. Mehrere Beratungen in den Ausschüssen Arbeit und Soziales und Petitionen, mehrere Debatten hier im Plenum, öffentliche Anhörungen im Petitionsausschuss und im Ausschuss Arbeit und Soziales. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, und wieder einmal debattieren wir heute über die Abschaffung der Sanktionen im SGB II. Punkt 3. Sozialleistungen bedarfsunabhängig und voraussetzungslos zu leisten, das ist im deutschen Sozialrecht nicht vorgesehen. In der Sammelübersicht 289 zu Petitionen, um die es ja hier heute geht, geht es um 103 Petitionen. Sie von den Linken aber greifen in Ihrem Änderungsantrag eine von Ihnen öffentlich platzierte Petition heraus, Sie beleuchten ausschließlich die Perspektive dieser einen Petentin und erklären diese für allgemeingültig. Sie scheren somit alle Anliegen der 103 Petitionen über einen Kamm. Aber ich frage Sie, sind nicht die darin geschilderten Verläufe sehr unterschiedlich und auch individuell? Lassen Sie mich doch mal aus einer anderen Petition aus dieser Sammelübersicht berichten. In einem Schreiben teilt ein Petent dem Jobcenter mit, dass er seinen Termin beim ärztlichen Dienst nicht wahrnehmen werde, da er hierzu keinen Anlass sehen würde. Gleichzeitig sagt er auch den Termin selbstständig beim ärztlichen Dienst ab. Ziel dieses Untersuchungstermins war es, die Erwerbsfähigkeit des Petenten und damit seine körperliche Leistungsfähigkeit festzustellen. Dieser Fall zeigt eine fehlende Mitwirkung des Petenten. Der Petent ist seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen. Aber das Mitwirken des Betroffenen ist doch wichtig, um Ihnen in der Beratungskette des Jobcenters entsprechende Angebote auch machen zu können. Und Sie wollen doch hier nicht allen Ernstes behaupten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es sich bei einer Mitwirkungspflicht um eine Form von Gängelung handelt, von einer Gängelung von Menschen im SGB II-Bereich, sondern es ist eine notwendige Maßnahme, um gemeinsam miteinander arbeiten zu können. Auch diese Schilderung des Sachverhalts entspricht einer Realität. Sie entspricht vereinzelt dem Alltag von Jobcentermitarbeitern. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Realität gehört auch, und das sollten wir auch mal zur Kenntnis nehmen, dass das Bundesverfassungsgericht sowohl 2010 als auch 2012 festgestellt hat, dass Sanktionen weder gegen das Recht der Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums noch gegen das Recht der körperlichen Unversehrtheit verstoßen. Und die parlamentarische Staatssekretärin Lösekuch-Möller hat bei der öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss zu diesem Thema auch das noch einmal betont. Und zur Wahrheit, es wurde heute Morgen schon angesprochen, gehört auch, dass beim SGB II das Fördern und Fordern im Vordergrund steht und nicht das Sanktionieren. Das Sanktionieren oder Sanktionen stehen erst am Ende einer langen Beratungskette. Unser Sozialgesetz erwartet Mitwirkung, in dem Termine wahrgenommen und persönliche Unterlagen eingereicht werden. Ebenso, dass auf Angebote zur Weiterbildung reagiert wird und Vorschläge zur Beschäftigung angenommen werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit gerade denjenigen Menschen gegenüber, die diesen Sozialstaat durch ihre Erwerbstätigkeit erst ermöglichen. Beratungsangebote, Hilfen und Unterstützung können nur in wechselseitigen Beziehungen erfolgreich sein. Und Mitarbeiter in den Jobcentern engagieren sich großartig. Unsere Aufgabe in der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit erfolgreiche Arbeitsvermittlung stattfinden kann. Hier sind wir dabei, bei der Rechtsvereinfachung und Änderungen im SGB II. Und den Grundsatz unserer Sozialgesetzbücher, nämlich der Mitwirkungspflicht, werden wir nicht aufgeben. Und daher ist die Abschaffung von Sanktionen für uns auch kein Thema. Das Wort hat der Kollege Udo Schiefner für die SPD-Fraktion.